Heute ist schon Tag 3 der Ausbildung zum Ausbilder, der Ausbilder, der Ausbilder, der Ausbilder. Oh mein Scheiß, ich bin auch wieder irgendwie. Es ist 10 Uhr, die letzten Tage sehen eigentlich immer so aus. Morgens 9 Uhr Antritt, dann hast du den Vormittag Theorie. Heute weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist echt viel. Okay. Heute Waffenrecht, ganz klar. Fokus auf die ganzen Notwehrparagraphen, die auch K.O.-Kriterium in der Prüfung später sind. Dann ganz klar, Methodik und Didaktik. Man fühlt sich immer so ein bisschen wie so in der Pädagogen-Ausbildung. Wenn man da sitzt und dann über Kommunikationskanäle spricht und es ist Gott sei Dank nicht so, der Satz ist auch gefallen, zum Spaß wohlgemerkt. Welche Farbe hat dein Gefühl? So sind sie nicht. Aber naja, klar, du musst natürlich lernen, wieder den ganzen Kram, den du vermitteln möchtest, irgendwie auch an die verschiedenen Lerntypen. Ob das ja zum Beispiel jemand ist, der irgendwie visuell sehr stark lernt oder akustisch oder haptisch. Klar, den ganzen Kram musst du auch lernen. Danach, nachmittags, zum Glück, Praxis, man wird wieder wach. Aber, ich habe es dir schon mal erzählt, ich bin ja der einzige Zivilist oder vollblutungedienter Zivilist in dem Kurs. Da sind natürlich klar, von der Polizei Leute, die in ehemaliger spezieller Verwendung bei der Bundeswehr waren. Und das ist natürlich ein Niveau, da musst du mithalten und da wartet natürlich keiner auf dich. Ich will nicht sagen, die Leute warten darauf, die sehen von wegen, pass auf, guck mal, das ist ganz klar, das Leistungsniveau ist zu hoch für dich. Du Zivilist, die sind natürlich, die sind alle ganz freundlich zu mir, zum Glück. Aber natürlich am Ende, wenn es an den Praxisbereich kommt, dann musst du liefern. Und das ist natürlich immer Fettleistungsdruck, klar. Heute war Flinte, Flinte Pistole in der Combo. Es gab vier Stunden Intensivkurs Flinte, also wirklich nochmal alle Ladetätigkeiten. Emergency Report über das Patronenfenster. Wie organisierst du dich, wenn du drei verschiedene Munitionstypen am Mann hast? Zum Beispiel einen Slug, einen Bugshot oder eine Less than Lethal Lösung. Bei uns jetzt oder bei mir jetzt irgendwie simuliert durch Birdshot. Da hast du natürlich auch drei verschiedene Arten von Munitionen am Mann irgendwie. Du musst die ganze Zeit in jeder Situation die richtige Munition haben. Von weit weg und Slug von näher dran. Kannst du dir einen Bugshot erlauben? Ja, musst du jetzt doch irgendwie. Es erfordert die Situation, dass du auf Less than Lethal gehst. Ey, vier Stunden, ne? Vier Stunden Flinte richtig Gas geben, sich richtig Kraft aus dem Körper schießen. Und danach, Holla, die Waldfee. Ich nenne es mal Hindernis Parcours. Es ist ein Parcours, vier Stationen, den du durcharbeiten musst mit verschiedenen Zielen, für die du die bestimmte Munition eigenständig raussuchen musst. Alles klar, du bist jetzt auf, weiß ich nicht, auf sieben Meter. Es ist ja auch mit, wie drehst du es mal so? Ich kann nichts mehr zu halten. Mit Täterscheiben. Täterscheiben, das sind so die, man kennt das, das sind so die Scheiben mit Mann und Frau. Gefühlt so ein bisschen gemalt aus den Acht. Ich dreh es nochmal rum. Gucken, ob das später Mädelnacht. Gefühlt so irgendwie so aus den Achtzigerjahren und so. Die haben so eine Handtasche oder eine Dose oder weiß ich nicht, einen Lippenstift oder so. Oder aber auch tatsächlich, ich nenne es mal Geiselnamen, wo du tatsächlich wirklich irgendwie jemanden hast, der, die Geisel steht im Vordergrund und dann siehst du hier hinten, siehst du dann vielleicht so eine Silhouette. Also wirklich eine kleine, halbe Wassermelone. Und dann ist Ansage etwas auf. Trage einen Schuss an. Dann kannst du sagen, okay gut, du hast die sperrige Binde, die M4 Super 90 oder wechselst du auf Pistole. Also da geht ja schon, da geht ja schon die Pumpe. Nichtsdestotrotz, ey, alles geil geschossen. Wenig Lob ist genug gemeckert. Nee, wenig gemeckert ist genug Lob. Meine größte Sorge ist einfach immer ganz klar, naja klar, nicht gut genug zu sein. Gerade in Gegenwart von Menschen, die ich eigentlich immer sehr aufsehe, Leute, die in irgendeiner hoheitlichen Verwendung waren und auch langjährig da auch gedient haben, die sind einfach vom anderen Kaliber. Und da willst du natürlich einfach nicht der Idiot mit dem YouTube-Kanal sein, sondern du möchtest natürlich sagen, ey, pass auf, okay gut, das ist abseits von dieser blöden Visage. Und der mit ein Sprüchen ist eine kompetente Substanz dahinter, was in dem Bereich Schusswaffen und deren Anwendung angeht. Und deswegen, hey, pass auf, heute alles gut geschafft. Jetzt ist 10 Uhr, normalerweise würde ich mich jetzt irgendwie im Hotel nochmal eine Runde Sport machen und so. Heute lässt das alles ausklingen. Wir haben den Tipp gekriegt, pass auf, ab morgen gibt es Kasala. Dann geht es zwar nochmal Theorie und Praxis und so, aber dann geht der Theorie-Teil irgendwann auch zu Ende. Dann kriegst du deine ersten Lehrthemen zur Generalprobe, Prüfungsvorbereiten. Und mir ist angetragen worden, dass die nächsten Tage und Nächte nicht mehr ganz so entspannt sind. Deswegen, Leute, ruht euch heute mal aus. Und dem Call werde ich jetzt folgen. Morgen geht es weiter. Tag, heute ist Tag 3. Was soll ich überlegen? Samstag angefangen, Sonntag. Tag 4. Alter, ich kriege nichts mehr mit. Es ist aber auch so ein Kosmos wie damals im 3-wöchigen Jagd-Crash-Kurs. Das Leben draußen findet in der Parallelwelt statt. Du wirst die ganze Zeit nur entweder denken, sprechen oder schießen. Aber hey, dafür bin ich hier hingekommen. Dafür habe ich mich angemeldet. Spaß habe ich noch. Und nöcher. Ich melde mich morgen und sage dann, wie der Tag gelaufen ist. Wenn er so gut läuft wie heute denn, zufrieden. Wir nehmen das Spiel. Wenn I'm with you